Sie ist und bleibt ein Besuchermagnet. Die Siegender Hochzeits- und Festmesse war auch im Jahr 2014 wieder ein voller Erfolg. 2.700 Besucher zog die Veranstaltung in die Siegerlandhalle. Sie alle wollten sich informieren, wie sie den schönsten Tag des Lebens gestalten können. Rund 70 Aussteller gaben Tipps und Informationen. Eine Fülle von Ideen ließ bei den Besuchern keine Wünsche offen. Die Hochzeits- und Festmesse, ausgerichtet vom Medienhaus Vorländer und der Siegerlandhalle, fand bereits zum 22. Mal statt. Highlights waren auch in diesem Jahr die großen Modenschauen. Die weiblichen und männlichen Models präsentierten die neuesten Trends. In diesem Jahr darf es auch gerne etwas bunter und ausgefallener sein. Die Models auf dem Laufsteg hatten sichtlich Spaß bei der Show und auch die Besucher genossen die fröhliche Stimmung in der Siegerlandhalle.